Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück bei TDFLP, euer Dinger am Start hier. Schön wieder bei Dust. Wir haben letztes Mal geschafft diesen Transmitter zu finden, damit die Alde uns Sachen craften kann durch diesen Transmitter. Weil das eine ziemlich coole App ist, dass man nicht zu der alten immer hinlaufen muss. Was wir auch nicht tun werden, wenn wir das nicht missen, weil... kein Bock. Die will den D, aber wir haben no time, weil wir sind der Held. Deswegen irgendwie haben wir keine Zeit, ihr den D zu geben. Und ja. Jetzt laufen wir hier über diese coole benebelte Brücke. Oh, wie ich ihn auseinandergenommen habe. Okay, sorry, Feuer. Und das wurde letztendlich gemacht. Wir haben nicht Zeit, um es zu sterben. Es muss noch einen anderen Weg umgehen. Das stimmt. Ich dachte, ich kann den so einsaugen in mein Schwert. Ja, cool. Also da oben ist auf jeden Fall... Das brauchen wir zu Frucht. Aber warte mal. Muss ich da nicht ganz zurückgehen? Ja, da gehe ich... Oder kann ich... Hä? Aber warte, wir probieren das gleich aus. Also da komme ich nicht lang. Die Frucht habe ich da oben auch nicht gesehen. Dann werden wir mal versuchen, einen aus dem alten Gebiet mitzunehmen. Ach doch, hier ist doch einer. Wir sind ein Schwest Drachen. Tatsache, es geht. Ein Dach. Cool. Wir haben eine Weite... Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter an dieses Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätten sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windschuss durchdorf und die Flammen verschwanden. Das hat die Angriffe der Kreatur kurz unterbrochen. Lang genug, dass ich entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines Sturms zunutze machen könnten. Uuuuh. Wir brauchen einen Sturm. Und ich habe bestimmt einen Inventar. Mhm. Bitch! Achso. Ich zeig das doch gleich. Das hat es geschafft. Ich kann das Wasser rutschen unterhalb. Du bist nicht sehr subtel. Achso. Das... Ah... Ah. Das hätte ich jetzt gar nicht gecheckt. Aber wir haben das Feuer ausgemacht durch diesen Wasserfall, der dort so überaus günstig platziert ist. Das ist einfach ein unglaubliches Glück, das wir haben. Ja. Ja. Da haben wir mal schön den auseinandergenommen, bevor uns fast auseinandergenommen hat. Der Pisser. Der Lauchkopf. Der Lauchkopf. Der Lauchkopf. Der Lauchkopf. Hammer Gegner. Okay. Oops. Fruchtkappen... Ihr Lappen, ihr Lappen Mann, hier sind jetzt aber ganz schön viele von denen, muss ich sagen Gar kein Nerv für die Aber wenn ich sie bringe, ihr Pee, das ist gut Grubenheim, ich grüße euch Wir speichern einmal in Grubenheim Wir holen uns Futter Ich habe voll viel Schick gefällt an mir auch Okay, das reicht Es brennt hier Es brennet Okay, wir haben einen Bossfight Oh, wie viele hier tot sind Ich weiß nicht, ob sie jetzt oben oder unten Ich weiß nicht, ob sie oben sind oder unten Ich weiß nicht, ob sie oben sind Oh, der sieht aber cool aus Also ich finde, der sieht wirklich gut aus So You've come What have you done? You murdered all these innocent people Yo Er hat recht Er hat recht Okay, sorry, ich bin tot Sorry, ich bin wrong GG, well played W- Ich weiß nicht, was ihr Name ist Du bist nicht anders als die Monster Ich habe früher Und Du bist der einzige Monster hier Puppet Ich schlaue deine Läge Wieso ich das denn dodge'n? Nein, 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 nein! Nein, 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 ich will das nicht dodge'n! Er ist jetzt tot, man! Äh, okay, ich weiß nicht, entweder weil wir Angriff zu fiege ist, also er war so Okay, ich fand den Gegner eigentlich cool, er war ein bisschen Wir hätten ihm mehr Leben geben können, weil er hat nicht so viel Damage gemacht, halt, deswegen Okay, du siehst die dunkle Größe aus Darkness Fund I have come to my end What are you? Among the last of a dying breed A once proud race Extinguished by your hands My hands? You and your warm-blooded kin We moonblots were outcast I, I didn't I can't remember There is sadness in your eyes But it is not guilt It is loss Perhaps that is for the best Your leader Assassin? He even murdered his own kind Our greatest allies amongst the warm-bloods But one escaped She? Who are you talking about? Who knows? Who sees? My vision No, no! Farewell, warm-blood Ashes To ashes Dust To dust Dust To dust Cool Wir haben das Spiel durchgespielt Spass If only he'd lived a moment longer If only I'd managed to keep him alive somehow Yeah As you can see by the dead lettering this village That would not have been a good idea I'm sure you're right We should return to Aurora and report to Mayor Bram There was also that name Gaius Gaius Piuuuuun Was that? Piuuuuun Dust When he passed out I was studying Cool That looks cooler than pretended we had Geil... Fette Scheiße... So, wir haben einen Punkt. Was ist denn, wenn wir den letzten Stein in diesen vierten Punkt reinklatschen? Mit 100 Angriff sind wir schon fucking powerful. Boah, komm, wir machen's einfach. Wir sind so fucking powerful. Keiner kann uns mehr rasieren. Was ist das Problem? Wir benutzen die... Kinder oder nicht, sie... Hey, ugly! Es ist einfach kein Problem. Es war ein Valiant... Okay, das war jetzt auch nicht den überdamaged, aber... Es sieht cool aus. Okay, ich hab das auch nicht mehr finished geskillt, weil... Keine Ahnung... Mit irgendeinem suchslos. Gehen wir kurz zurück und gucken, was hier oben ist. Nein, nein, nein! So... Könnte ich jetzt bitte... Da oben lang gehen. Ohne eine kaputte Brücke. Ich wäre ihnen... Sehr verbunden. Ah, fickt euch. Lass mich ja in Ruhe. Richtige Wanner sind das hier! Hier... Hier ist ein Shop. Den brauche ich nicht. Hier ist... Ein Speicherportal. Was... Hier oben noch? Wird nicht total gebraucht. Okay, scheiß drauf. Wir gehen einfach nach rechts. Du, weiter durch. Erstmal speichern wir den Shit, weil wir das geschafft haben. Diesen... Ich nenne ihn Ashes. Wir haben Ashes besiegt. Ich denke mal. Wir nennen ihn einfach Ashes. Oder Ash. Ash? Pokémon? Was für ein Pokémon bist du? Ja, Netflix hat jetzt auch Pokémon, Leute. Also greift zu, wenn ihr könnt. Ich hab mir schon... Von der ersten Staffel ein paar Folgen gegönnt. Ja, Netflix ist schon was Feines. Ah, hier gibt's auch einen Speicherpunkt. Ja, klasse. Na, klasse! So, so, so. Oh, was ist hier? Was ist hier? Ah, das hat kurz so gejuckt. Okay, da ist schon mal... Da scheint schon mal cool zu sein da unten. Gut, dann lass uns erstmal hier rechts noch mal gucken. Was es hier noch so gibt. Wird schon ge... Ja? Okay. 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 Die Operatoren sind bereits vollständig. Wir haben noch eine der Kampen gefunden. Aber es war gescheitert, natürlich. Keep auf Ihre Suche. Sie gehen irgendwo. Natürlich, Sir. Wenn das alles ist. Was sind die rumors, Commander? Ist es keine Wahrheit für sie überhaupt? Wir sind investigiert, Sir. Aber Sie sicher nicht glauben? Commander, es ist nicht Ihr Platz zu fragen, was ich glaube. Momentan... Wie Sie wünschen. Wo bist du, mein Freund? Warum schlägst du von mir? Zur Seite. Ja, da will ich jetzt erstmal runter auf jeden Fall. Kollegen. Freunde der Sonne, wenn es da wirklich so übel zugehen soll. Was? Huh? Ist das nur so ein Spielding oder was? Ist das hier denn richtig scheiße? Ist das eine scheiß Prüfung? Ist doch hart. Ich bin ja gar kein Freund von sowas. Eigentlich. Ich kann es mal machen, aber... Wir sind solche Minispiele immer voll der Time Waste. Wenn man da nichts großartiges rausholen kann. Wir sind so ein bisschen mitgebracht. ... Gut, dann machen wir hier den Run for the time. Gut, gut, gut. 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 Oh shit. Oh, das ist auch nicht so gut. Oh, das war jetzt auch dumm von mir. Oh, scheiße. Hier sieht man aber auch scheiße viel Leben in den Dingern. Yeah, geschafft. Und jetzt? Krieg ich jetzt Geld dafür oder so? Das wär cool. Wenn ich das Geist dafür kriege, dann fuck, machen wir das nie wieder. Oh, nein. Ja, und was jetzt? Was hab ich irgendwas bekommen? Ne Bottle? Ja toll, und das war's oder wie? Waste of fucking time. Okay. Genau, war hier. Okay. Gut. Dann. Nächstes Mal gehen wir in die Lichtung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei der Übergabe. Puh. Ich bin so Hüde. Ähm. Ja, es war. Nice. Wir haben Ash besiegt. War ein guter Tag. Ja, wir sind anscheinend ein kaltblütiger Mörder. Und ja. Nächstes Mal gehen wir in die Lichtung, wo wir eigentlich schon mal waren. Ähm. Aber da sollen wir anscheinend hin. Oder sollen wir? Wir gehen dann da erstmal hin und dann gucken wir. Teil 5 Mrs. Pullover Khair, im deutschen besyddig. 36. rineumpänen und bisaine churcharten Z口one. 5 7 11 11 12 13 13 8 14